Prozent 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 Oh, ähm, ja, hallo und alle herzlich willkommen zu einer Runde FIFA Ultimate Team hier auf diesem Kanal Oh mein, meine Haare sind im Weg Ähm, ich hab nix gesehen Ja, äh, wir sehen hier schon Wir sind im Menü drin von FIFA Ultimate Team, ja Und Ja, man könnte sagen, ich bin ein bisschen spät So mit dem FIFA Ultimate Team, das ist ja Alles auch richtig, ne Aber das juckt jetzt nicht, ich hatte Bock auf FIFA und jetzt spielen wir auch FIFA Wir gucken mal in mein Team rein In mein Team, ja, guckt euch das an Oh, hier, äh, richtig gute Spieler auf jeden Fall drin, aber auch Äh, richtig, äh, ne Spieler Prost, äh, die ihr In ne Tonne treten könnt Nein, eigentlich nicht, sie sind alles solide Spieler Verbesserungswürdiges Team, aber Egal, ne, das juckt jetzt nicht, wir gehen in ein Online Season Game Wir sehen da natürlich, ich hab da jetzt schon ein bisschen gespielt Hab auch ein paar Spiele schon verloren Aber ich hab auch eben eins gewonnen Ihr seht da, ach, die 8-1-Niederlage bin ich nach dem 2-1-AfK gegangen Ja, hupala So We spielen jetzt ne Partie Mit diesem Team hier Ich hab noch ein 2.5 Team, und das sehen wir erst beim nächsten Mal Meine Freunde So Äh Ja, weiter Jetzt suchen wir mal einen schwanzlutschenden Hornsorn, den wir schön in den Boden kloppen können. Vertraut nicht drauf, dass wir in den Boden kloppen. Oha. 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 Coca-Cola. Sehr leckeres Getränk. Coca-Cola. Kann ich nur empfehlen. Oh ja. Ein solides Barclay-Team, würde ich mal sagen. Mit Young und Walker. Und? Und Klischee? Und hier, wie heißt er? Ich habe seinen Namen vergessen. Walker. Mann, wie hart kann man auf Pace-Huren setzen? FC Malik. Einwanderungsschutzbehörde. Soll mal arbeiten gehen. Mit Spoil. So. So. Und hier, wie heißt er? So. 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 Vielen Dank.